Der Stormbreaker. Die modernste Technik weltweit. Er wird die Computerindustrie revolutionieren, die Zukunft verwandeln und das Leben eines Jungen für immer verändern. Alex Ryder. Ja, Sir? Was soll das hier sein? Hogwarts? Spezialkommando des MI6. Wir möchten, dass du für uns arbeitest. Ich gehe zufällig noch zur Schule. Für Alex Ryder. Alex? Dein ganzes Leben lang hatte ich ihren Ryder vorbereitet. Teenager. Du kannst klettern, schießen und bist Kampfsportler. Dein Onkel hat dich trainiert. Und Spion. 70.000 Stormbreaker-Computer werden auf einen Schlag in Betrieb genommen. Irgendetwas passiert da. Alex ist kein Spion. Er ist ein 14-jähriger Junge. Gibt es nur eine Regel. Die Feder kann aus mehreren Metern Entfernung abgefeuert werden. Sie infizieren die Stormbreaker mit einem Virus? Es wurde genetisch verändert. Viele Tausende werden starben. Schicke nie einen Mann. Wie komme ich hier raus? Na los. Um den Job eines Jungen zu erledigen. Er ist kein Kind. Er ist eine tödliche Waffe. Danke. Wo ist Alex? Nach dem preisgekrönten Roman von Anthony Horowitz. Ich bin zu jung zum Sterben. Fürs Sterben ist man nie zu jung. Stormbreaker. Ich bin zu Vertraue.